Warte, warte, warte. Ich glaube, dieser Knopf deaktiviert sie. Oh, nein, das war nur der Zeitreise-Knopf. Wir sind im antiken Rom. Das sehe ich auch. Nur noch drei weitere Schritte. Was treibst du denn da? Das sind lange Schritte. Die Zeit ist abgelaufen. Sie geht gleich hoch. Auf welchen Tag war sie eingestellt? Oh, sie war auf den 29. Februar eingestellt. Diesen Tag braucht niemand wirklich. Hurra! Und ein Viertel war deaktiviert. Das heißt, alle vier Jahre gibt es den Tag noch. Beim großen Geist von Cäsar. Wir haben gerade das Schaltjahr erfunden. Beim was von Cäsar? Oh, gar nichts. Schon gut. Wir wollten gerade gehen. Wiedersehen und hüten Sie sich vor den Eden des März. Das sind meine liebsten Festtage. Nicht mehr lange. Du hattest ja da drin ganz schön Angst, Sarah. Ja, hatte ich. Und es war der Wahnsinn. Sekunde mal, wie sind wir hierher gekommen? Ist eine lustige Geschichte. Hey, Zach, ich dachte, du wärst gegangen. Wie bist du hergekommen? Auf die beängstigendste Weise, die es gibt. Mit Milo. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir Sorgen gemacht habe. Jeder Tag mit Milo ist ein Halloween-Schreckensfest. Schön, dass es dir gefallen hat. Freut mich, dass du das jetzt eingesehen hast, Zach. Ja, ich glaube, ich bin auch nicht zu alt für Halloween. Äh, Milo! Wo ist mein Fahrrad? Ah! Ja, ich habe immer noch keine Angst. Hallo, Sohn. Duh, 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 duh! Hey, cooles Halloween-Kostüm, Mr. Underwood. Ist es Halloween? Ich und Cat Noir kämpfen gegen das Böse? Unglaublich! Jetzt gleich geht's weiter mit Miraculous. Pünktlich zur Osterzeit wird es wieder spannend. Mit der großen Disney Channel Ostereierei. Deine Lieblingshelden Elena und Milo haben ihre Ostereier mit aufregenden Überraschungen auf unserer Homepage versteckt. Das wird garantiert der beste Ausflug aller Zeit. Begib dich auf große Eiersuche und mit etwas Glück gewinnst du einen Nintendo Switch oder ein tolles Disney Channel Überraschungspaket. Jetzt mitmachen bei der großen Ostereierei auf Disney Channel.de Jetzt kommt die Werbung. Bist du bereit? Für UNO Xtreme. Das erste UNO, das zurückschläft. Du weißt nie, was geschieht. Aufgepasst, manchmal kommt es knüppeldick. UNO! UNO Xtreme. Der verrückte Spielspaß für die ganze Familie. Die Super Wings transformieren sich zu laufenden Figuren. Und wieder zurück zu Flugzeugen. Hilft Jet, Dizzy und ihren Freunden mit Speziallieferungen in die ganze Welt. Super Wings. Jetzt von Carrera AC. Der Tornado. Mega Sprünge und coole Drehungen. Fahrspaß auf jedem Untergrund. Neu. Der leuchtende Tornado. Glow in the dark. Von Carrera AC. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, Dad wäre hier. Dein Vater wird gefangen gehalten von einer bösen Energie. Und die Einzige, die ihn finden kann, bist du. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie unglaublich du bist. Kevin! Das Zeiträtsel. Ab 5. April im Kino. Jetzt kommt der Turbo-Malspaß. Mit Malen nach Zahlen mit farbigen Motivlinien folgst du jetzt den Linien, ohne über den Strich zu malen. Noch mehr Spaß für noch schönere Bilder. So viele Motive und du bist der Star. Malen nach Zahlen. Entdecke meisterhaftes Offensburger. Syrvanian Families. Hallo, ich bin Luna Löffel. Herzlich Willkommen in Syrvanian Village. Lass uns zusammen spielen. Syrvanian Families Starterhaus. Jetzt bei vielen Händlern zum Sonderpreis von Epoch. Auf geht's zur großen Fahrradtour. Nie ohne Helm fahren, Babyborn. Dein neues Fahrrad mit Entenhupe. Und den tollen Brudelicht. Puh, macht das durstig. Jetzt an Marshmallow und dann ab ins Zelt. Das neue Play-In von Fahrrad und Camping-Sets von Zapp Kreation. Für real. Stylen, kämmen, kuscheln, legen, Frisierspaß. Schnäuzer, trimmen, Haare, Wellen. Oh ja, das macht super Spaß. Seine Frisur ist Styling pur. Immer gut gestylt. Das Frisierspaßhändchen von Für real. Jetzt auch neu, die Fur real Cuties. Zum Sammeln, Kuscheln und Liebhaben. LOL Surprise Confetti Pop. Bei welcher Überraschung machst du Stopp? Neun Überraschungen für dich versteckt. Dreh so lange, bis du sie entdeckst. Dreh zuerst das Rast. Und finde sie, dann zieh an der Schnur. Konfetti Pop. Tauch sie ins Wasser und zeig gespannt, was passiert. LOL Surprise Confetti Pop. LOL Surprise Confetti Pop. Jetzt neu. Hatchimals. Neue, zauberhafte Hatchimals warten nur auf dich, um endlich schlüpfen zu können. Tigret und Puffer 2. Sie lieben es, mit dir zu spielen und merken sich sogar deinen Namen. Hatchimals Fabular Forest. Jetzt neu von Spin Master. Disney wünscht frohe Ostern mit den schönsten Filmen auf DVD und Blu-Ray. Zum Beispiel Vajana. Nächster Halt. Mau. Findet Dori. Das ist mein Zuhause. Und nur solange der Vorrat reicht, gibt es beim Kauf von zwei Disney oder Disney, Pixar, DVDs oder Blu-Rays ein lustiges Taschenbuch. Ostern Nummer 9, gratis per Post. Mehr Infos auf mickey-maus.de Barbie-Topia Kämmen und funkeln. Die Haare kämmen. Und sie leuchtet. Oh, wie schön. Die Barbie-Topia magische Haarspielprinzessin. Sie funkelt und spielt vier verschiedene Melodien. Du kannst alles sein. Baby-Bond Styling. Der neue Baby-Bond-Sister-Styling-Head ist da. Zum Kämmen, Stylen und mit tollem Zubehör. Wunderschön. Baby-Bond-Sister-Styling-Head. Von Zapf-Kreation. Das Enchantimals Eiswagen-Spiel-Set. Mit Pinguin-Mädchen Prina und Tierfreundin Jayla. Sie klappen den Tresen herunter und alle stürzen sich auf die eiskalten Leckereien. Enchantimals Eiswagen-Spiel-Set mit Prina, Penguin und Jayla. Weitere Puppen und Spiel-Sets separat erhältlich. My little pony. Leuchtzauber-Prinzessin Celestia erstrahlt magisch, wenn ihr Schönheitsfleck gedrückt wird. Twilight, Sparkle und Spike singen zusammen. Und das Seepony Pinkie Pie schwimmt wirklich. Ein Pony für jeden. Bei My Little Pony. Noch mehr über die My Little Ponies gibt es bei der großen Freundschaftstour ab 24. März zu erfahren. Es wird pony-tastisch bei Deichmann. Für alle Fans von My Little Pony gibt es etwas ganz Besonderes. Die zauberhaften My Little Pony Schuhe. Jetzt bei Deichmann. Ab 19,90. Und gratis dazu eine von vielen My Little Pony Spielfiguren. So erwacht die Magie der Freundschaft. Weil wir Schuhe lieben. Deichmann. Auf ins Turnier mit Beyblade Burst. Kreisel wählen und zusammenbauen. Bereit? Yeah! Jetzt starten! Kreiseln! Explodieren! Mehr Action geht nicht. Das Original aus der TV-Serie. Beyblade Burst. Zum Sammeln und Kombinieren. Neu von Lego Friends. Wow, das wird unser neues Freundschaftshaus. Kommt, wir bauen es gemeinsam um. Und dekorieren es ganz, wie wir möchten. Wir brauchen noch Musik. Wuhu! Die coole Rutschstange. Das ist das beste Freundschaftshaus aller Zeiten. Jetzt neu von Lego Friends. Eine saubere Spülmaschine. Oder doch nicht? Versteckte Fett- und Kalkablagerungen können sich ansammeln und die Spülleistung beeinträchtigen. Der Finish Maschinentiefenreiniger bekämpft Kalk und Fett. Für eine gründliche Tiefenreinigung probieren Sie jetzt Finish. Schon probiert sie zwischendurch. Der Finish Maschinenpfleger gegen Fett und Schmutzreste ohne extra Spülgang. Das war die Werbung. Los, Wade. Zieh dir das rein. Aufgepasst. Boah, ich krieg hier einen Entenparker. Auf sie haben es alle abgesehen. Hol sie euch. Kim Possible und Ron Stoppable. Was ist denn nur da? Ich nenne es den Nacko. Er vermasselt's. Der war wohl nicht so super, der Plan. Sie regelt es wieder. So was ist die Aufgabe von der Heldin. Kim Possible. Heute, 15.15 Uhr im Disney Channel. Eigentlich hat Orgi ein ganz entspanntes Katerleben. Wären da nicht diese drei Kakerlaken. Und deshalb geht er jetzt mit seinem besten Freund Jack auf Ungezieferjagd. Ich bin Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Und da geht es. Ich bin presidente.